Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Soll es dich, dass du da bist, dass du da bist, dass du da bist. jawohl gleich sind wir da hier rechts ist trister triest ist hier rechts wir fahren quasi jetzt schon ein ganz neuer dlc rein hier 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, was fahrt ihr denn für einen Müll da vorne? Oh, was fahrt ihr denn? 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Soh... Slowenien meine Freunde Ich habe eine großen Größe, Hälfte, Funktionsprojecten Man kann die anderen Seite gehen. Also können eine Briebe machen. Das ist alles 쫓ig, also ganz praktisch zu sehen. Das ist alles unten. hätte ich auch gerade ausfahren können so 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 Das ist immer so Das ist immer so Das ist immer so Ah, 93 Kilometer noch Das ist immer so Also wenn wir da nachher stehen, dann bräuchst du Mahlzeit So, dann gucken wir gleich mal Ob man da noch eine Fracht noch tiefer an den Westbalkan reinbekommen Oder in den Balkan Und dann... Also mal gucken, wie gesagt, mal gucken gleich mal, ob wir ganz nach unten kommen Je nachdem, wie es sich da entwickelt, welche Touren wir da noch bekommen Richtig ruf nach Skandinavien hoch Also wenn es... wenn mich nicht alles täuscht, dann dürfte das irgendwas mit 4.500 bis 5.500 Kilometer sein Es wäre natürlich nicht schlecht Oh, Kollege, nicht ruckeln Nicht ruckeln Okay, schön Okay, schön Ich liebe es, wenn ich am Berg anfahren darf, ey Okay, schön, ja Okay, schön, ja Dicker, woran hängt's denn? Oh, der Typ mal live, wenn der abgeschleppt wird. Ich muss mal die KI wieder runterstellen. Die haben sogar die Leiste für das Errungenschaft geändert. Oh, der ist auch nicht schlecht. Und schlecht. Da ist ein Freizeitpark, wa? Ach du Scheiße. Autsch, autsch. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ha, wie geil ist das denn? Hm. So, nach dem Absturz da. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao. 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 Ciao.